Das ist E-A-D-E-R-O-L Genau, jetzt spielen wir eine Komposition von einem ehemaligen Eliketsmitglied aus den 70er Jahren und das Stück heißt Punk-Rob-School, da waren wir so auf Punk-Rob drauf. Da waren wir wirklich noch jung. Da waren wir 15. Wolle in den Schöpfer! 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 Das war's für heute. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn ihr mit uns!